Willkommen zurück zu Steven Universe. Save the light. Und genau das tun wir jetzt. Wir retten das Licht. Und zwar in Bismuth-Mede. Anscheinend. Denn ich glaub, da sollen wir hin. Alles klar. Let's go. Adios, Muchachos. Schön, dass Greg dabei ist. Ich hab das Team ein bisschen ausgetauscht. Jetzt haben wir Greg dabei. Äh, nicht Abathist. Greg, Connie und meine Maus. Greg, Connie und Peridot. Falsch. Oh Gott. Es sind Greg. Darn it. und Peridot. Warum die drei? Ganz einfach. Garnet macht viel Schaden. Greg ist wichtig für Rätsel vielleicht. Und äh, Peridot auch für Rätsel. Man weiß ja nie, ob ich wieder Eisen wegbewegen muss. Von daher, hm. Ich dachte, das wäre vielleicht die beste Idee. Ich weiß zwar nicht, äh, was in der Schmiede passieren wird. Man kann aber nie vorsichtig genug sein, glaube ich. Okay, noch seh' ich keinen hier. Noch seh' ich keinen Herzenneid. Huh. Oh. Oh. Ja, das ist neu. Emma? Hi. 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 Hi, ich bin neftig. Hm? Steven, was macht dein Kopf? Weiterhin halbseiden. Ich fühl mich noch immer wie im Prisma. Wenn ich Herzenneid gesehen habe, hat Herzenneid mich dann auch gesehen? Ah, was wenn sie deswegen von der Schmiede weiß? Wenn ja, dann ist das nicht deine Schuld, Steven. Du hättest nichts dagegen tun können. Ja. Wir gehen rein. Oui! Adios, Muchachos! Ach, Greg. Du kleiner Goofball, du. Oh, aber es geht weiter in die Schmiede. Das ist interessant. Mal gucken, wie es da aussieht. Wahrscheinlich warm. Wahrscheinlich voller Lava. Das war ein bisschen creepy. Wahrscheinlich sehr warm. Okay, hier haben wir ein paar Abstellcontainer. Hier ist nichts versteckt. Da was versteckt vielleicht? Ja, natürlich! Und zwar so einiges, wie ich sehe. Ja, ich... Versteckte... Verstecken kann ich gut rausriechen. Daran bin ich Experte. Oh, okay, gar nicht. Brauche ich kurz. Danke. Und nochmal. Dankeschön. Achso, es ist einfach nur Sachen. Okay, hier ist nichts drin, glaube ich. Nope. Okay. Okay, sind Gläser. Nicht Gläser, was soll ich sagen. Oh, wow, mit Mengengeld. Mit der Großmengeld sogar. Ich glaube, ich komme noch auf die 1000. Ja. Okay, jetzt habe ich zu viel. Oh, ich habe 1000. Ich bin reich. Ich bin komplett reich. Hier ist Rot. Ich brauche Rot. Okay, hier finde ich Rot. Spannend. Jetzt habe ich alle Farben, glaube ich, oder? Ja. Das könnt ihr noch nicht machen. Das auch nicht. Das ebenfalls. Ah, mit ein bisschen gelb. Oh, toll. Oh, wow. Hallo. Das sieht aus nach baldes Endboss. Aber hier ist nichts mehr. Bin ich falsch gelaufen irgendwo? Ah. Hier kann ich lang. Das habe ich ja gesehen. Das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass ich lang kann. Spannend. Okay, es gibt zwei Wege. Hoch und runter. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Ach, hier ist ein Wattpad. Okay. Ich würde noch mal kurz dann in die Stadt nach Beach City gehen. Kann ich irgendwo nach Beach City? Ich glaube nicht. Ich kann den Tempel erstmal. Okay. Ich würde nämlich gerne mal noch mal zur Stadt gehen und da mal kurz gucken, was da alles so ist. Ich habe noch meine Volt, meine ganzen Boytron-Sachen. Vielleicht kann ich die benutzen. Ich bin irgendwie etwas. So, wir fallen erstmal runter und gehen in die Stadt. Ich weiß noch nicht, ob es noch geheime Aufträge gab in der Stadt vorher. Hey Lars. Bye Lars. So, wenn da vom Pizzaboden, weil den habe ich letztes Mal auch noch gehabt. Hallo. Ja, Steven. Da wäre wieder eine Lieferung, die du übernehmen könntest. Diesmal eine Videlia. Wer hast du für mich zu ihr rüber? Ich bin im Handelnehm wieder da. Ja, die Lieferung laufen. Hey. Hey, Steven. Bitte kein Monsterkram mehr, ja? Oh, ich kann die kaufen hier? Wow, kann ich wirklich kaufen? Ja, nehme ich wohl. Danke. Cool, du hast wirklich gefunden. Aber ich brauche wirklich mindestens 10. Ich ziehe da so ein Ding ab. Da brauche ich 10. Die Leute gehen drauf. Oh, tja, dann. Wie viel habe ich denn gerade? Ich habe vielleicht gerade erst ein 6 oder so. Oh, wow. Gut geraten. Ah, ich habe die Pizzerschneider. Wer will die nochmal haben? Äh, irgendwie. Du wolltest die nicht haben? Oh, oder die Schwester. Das kann sein. Wir gucken mal. So hören wir die Beutinger. Genau. Okay. Beuton sagt, dass du ein... Ja, okay. Oh Mann, er sieht ja wirklich die Zukunft voraus. Okay. Alles klar mache ich. Ein paar habe ich hier. In all nächster Zukunft bekommst du einen besonderen Preis. Yay! Und eine Supersternfrucht nehme ich. Schau unten ins Preisaufgabefach. Hm, was für eine obskure Prophezeiung. Ach so! Okay, nehme ich. Du bist wohl äußerlich als auch innerlich gut aussehend. Ach, wie süß. Okay, das bringt gar nichts. Schau unten ins Preis. Okay, cool. Was kriege ich jetzt mal? Wieder Schuhe. Okay, super. Die nehme ich gerne. Pech und grässliche Unglück werden. Deine jämlige Seele in all die Wichtigkeit beuten. Ich habe dafür auch noch bezahlt. Das ist richtig. Das hast du, Steven. Ja, toll. Ich will was cooles gewinnen. Du bist wohl äußig... Ah, okay, Dankeschön. Ich bin dabei, Botron. Du musst mir auch lasten. So. Du bist... Ja, okay. Ich habe noch vier. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Das ist eine Hommage an Letcher of Zelda, glaube ich. Ja, Dankeschön. Ich weiß... Ich weiß, sich gut aussehen. Lass mich. Und meine Mütze? Oh, cool, danke. Nehme ich. Eine habe ich noch. Okay, der letzte. Es gibt... Okay. Das bringt mir nix. Super. Das war es komplett wert. Okay. Jetzt kommt die Frage. Wer... Wer möchte meine Sache... Wer wollte diesen... Das eine haben? Zurückzauber. Ja, nämlich wohl. Nämlich auch. Hallo. Hey, Zuckersam. Wie läuft's denn? Alles eingepackt, wie ich sehe. Mhm. Cool. Ich gehe nochmal weiter. Wer wollte denn diesen komischen Pizzaschneider haben? Okay, das war so wie Dahlia. Weil... Die wollte ihn haben, glaube ich. Nicht wahr? Ach, hier, du wolltest ihn haben, genau. Warte. Komm schon. Danke. Okay. Nee, nee, nee. Die wollten den Pizzaschneider haben. Wow. Dieser Pizzaschneider. So was Scharfes habe ich noch nie gesehen. Bisschen, nehm. Das ist ein Lebensrad, Steven. Abzeichen, das Feuerfestigkeit. Vielleicht Immunität gegen den Verbrenneffekt. Das könnte in der Schmiede vielleicht nützlich sein, wobei Lava ist. Denn da wird Lava sein. Oh, hey. Pizza Zeit. Ach, Künstlernahrung. Danke, Steven. Ich bin es noch nämlich. Hey, gerade... Ich bin gerade fertig geworden. Ich nenne es quer durch den Kosmos. Wow, das ist mein Daddy-O. Schön, dass es dir gefällt. Es gehört dir. Cool. Kurzwerk. Nice. Videlias Meisterwerk. Wir haben bei der Inspiration geholfen. Au. Oh, und ich habe so viel über meinen Meisterwerk geredet, dass ich es fast vergessen hätte. Dieses Glänze-Ding habe ich neulich auf dem Boden gefunden. Du kannst es haben. Zum Dank für deine kreative Unterstützung. Glücksabzeichen der Relation. Bei Glückstreffern besteht die Chance, Gesundheit zu generieren. Okay, nehme ich. Der Schlag war kaum sinnlos. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Cool. Ja, die werden bestimmt jetzt nicht sterben. Ein dekbarer Einschlag. Ach, mal gucken. Tunstsäglich nicht. Wärts gedacht. Der vielleicht. Oh, wow. Sie sterben tatsächlich nicht so schnell, wie ich dachte. Machen wahrscheinlich keinen Schaden. Richtig. Oh, der gut. Wenn ich richtig abwehren könnte, dann wahrscheinlich nicht. Aber jeder weiß, ist das nicht, was ich kann. Oh, das geht auch falsch rum. Oh, wie nervig. Wusste ich, als es geht. Das ist ja doof. Oh, jetzt bist du direkt in Garnet drin. Super. Genau, was ich sehen wollte. Dann auf der Blaue. Ja, okay. Okay. Jetzt kannst du zuschlagen. Ja. Und... Äh, ja, gute Frage jetzt. Nice. Die Heilung war gut. Und Steven hat sie so die ganze Zeit. Von daher... Ist das nicht wichtig. Skillful Display. Skillful Display. Oh, danke Perry Dart. XP K10. Wenn überhaupt. Nicht viele. 73. Wow, okay. Überraschend. So genau hier können ich... Ach doch, ich hätte das Kacken. Was hier ist, wenn ich hier sehe, was... Wow, hier ist Geld. Toll. Okay. Ich glaube, das war es hier. Dann gehen wir mal zurück zum... Tempel. Würde ich schätzen. Gibt es ein Crestville Schimmer oder sowas? Ich glaube nicht. Naja. Okay, ich glaube, ich habe gerade nichts mehr hier. Von daher gehen wir mal da, wo ich denke, wo ich hin kann. Ja, das war ein Satz. Das war ein Satz. War es ein guter Satz? Äh. Äh. Wollte Mayor Dui was von mir? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Mayor Dui? Nö. Okay, war nichts. Okay. Dann gehen wir kurz zum Leuchtturm hoch und dann können von da... Löwe! Hi Löwe! Hey Löwe! Löwe! Ich dachte nur, du sollst wissen, dass wir jetzt gerade ein Großanteil erleben. Wenn du vielleicht aufwachen und mitkommen würdest, wir würden uns alle so freuen. Null Problemo. Ich schaue später nochmal vorbei. Na gut. Ajo. So, hier entspringen. Oh. Oh! Oh, das wäre natürlich jetzt ideal, wenn ich darauf könnte. Warte. Schaffe ich das vielleicht irgendwie? Das wäre so super. Oh! Äh! Sehr gut. Super. Äh, genau. Da will ich rein. Ja. In die Werkstatt. Das war ja perfekt. Das war ja wirklich perfekt fast. Die Landung. Das war ja... Wow! Nicht schlecht. Äußerst gut gelaufen gerade. Okay, lass mich kurz... Äh... Äh... Nein. Nein. Da. Okay. Greg, nicht jetzt. Greg, nicht jetzt. Okay. Danke, Greg. So. Ähm... Genau, ich will gucken und zwar bei Peridot. Das mache ich weg und gibt dafür das Feuerding. Okay? So. Und bei dir packe ich jetzt das raus und gibt dafür das hier. Obwohl, du machst es fast keinen Glückstreffer, oder? Machst du Glückstreffer? Weiß ich gar nicht, ob du das überhaupt machst. Wirklich. Ich meine, vielleicht... Äh... Ja, klar, warum nicht? Ja. Hey, Greg. Ja, klar. Ja, klar, bitteschön. Genau, und du, äh... Aber bei dir wollte ich nochmal die... Punkt auswählen. Der Super-Heil-Jam, den mich freischalten. Okay, einer will ab noch. Ich könnte meine Kanon 7, 6 Level Abzauber nutzen, aber will ich nicht. Das ist langweilig. Ich werde versuchen, sie zu benutzen. Das ist mein Ziel. So unterrollen ein bisschen. So, was finde ich hier? Eine große Säule? Und... Und... Ach. Kommt mal. Sieh meine an. Und die große Säule wird klein. Und jetzt? Oh, brauche ich hier für... Ich möchte für gar nicht... Ach, warte, ich brauche, glaube ich, Pearl. Okay, Greg, ich glaube nicht, dass ich die aktuell brauchen werde. Ich packe mal Greg raus, würde ich sagen. Kurz. Greg ist jetzt sehr nischig. Ich glaube, Pearl passt aber jetzt. Ich doof, weil ich habe gerade was... Oh, nee, passt sogar. Alles gut. Alles klar. Pearl, willkommen zurück im Team. Ich brauche die nämlich gerade eine Runde. Weil ich habe das Gefühl, dass du gerade sehr nützlich für mich bist. Mit dem hier vor allem. Weil du kannst euch das machen, oder? Yes! Ab nach oben geht's. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es hat funktioniert. Uh! Sternabzeichen des Blockens. Manchmal bekommst du beim Blocken... Nein, es gibt das einen Sternenpunkt. Ist nicht schlecht. Und rote Farbe, die immer gut ist. So. Okay, auch damit wir uns. Das könnte ich gar nicht geben. Merke ich gerade. Weil sie hat die Fähigkeit... Ähm... Hier sind die Fähigkeit zu... Oh, hier... Oh, hier sind noch welche. Stimmt ja. Abzeichnen die Humidität. Abzeichnen des perfekten Zaubers. Die Fähigkeiten der Aufladung und Aufbauzeiten des Trägers können nicht mehr unterbrochen werden. Das wollte ich haben. Weil ich kann dir... äh... Die Fähigkeit geben, das zu tun. Weil sich ein Gegner... Ähm... Hier wäre es nochmal das Wort, was ich suche. Sie kann Gegner halt... Oh! Du weißt schon. Auf sie... Zauber... Auf sie angreifen lassen. Ich habe es noch vergessen. Wie heißt das Wort noch mal? Kann ich sein. Wenn jemand auf die Sau machst... Verspotten, so gesehen. Ich habe es noch gut. Sie kann Leute mal verspotten. Und dadurch gehen sie auf sie drauf. Das ist, was sie sagen wollte an sich. Nichts weiter als das. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich möchte direkt zwei Holopurl losschicken dahin. Die sorgen dafür, dass keine Schwerter fliegen werden. Und der Rest dauert erstmal. Siehst du? Sehr gut. Sehr gut. Thrust. Ist immer gut. Thrust. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, die brauchen nicht so viel Zeit. Dann pack ich das nochmal... Ah, nee, das brauche ich nicht. Dann pack ich mir das da hin. Ah, ja, so ist gut. Thrust. So wie? Okay, Garnet. Du brauchst Heilung gerade ein bisschen. Das sehe ich. Hier, Garnet. So ist man ja schon vier Schaden. Man hat ja sechs Schaden und fünf Schaden. Das ist super. So, Garnet macht jetzt das auf die beiden. Der Schaden ist auch nicht schlecht. Ich? Das ist ein guter Counter. Das ist ein guter Counter für die. Die Sache ist halt, sie treffen Garnet aus Versehen währenddessen immer noch. Das nervt mich halt. Nervt mich komplett. Dass sie sie weiterhin treffen. Das ist so nervig. Das ist so doof. Ach, die haben die Dinger weg. Okay, warte. Ja, helfen wir kurz. Hallo Pearl. Hallo Pearl? Nee. Äh, Holoperl. Das war's. Nicht Hallo Pearl. Kann einer mehrere Pearls haben? Das weiß ich gar nicht. Habe ich bisher nicht getestet, glaube ich. Ich meine, möglich ist es. Wahrscheinlich. Ich könnte es mir sehen. Okay, das muss Peridot machen, weil das reicht man es halt nicht mehr. Passt. So, ich will gucken. Kann einer von dem mehrere haben? Oder wird hier setzt die andere? Oh mein Gott, wir können mehrere haben. Das ist ja witzig. Los, Holoperls. Let's go. Das ist ja komplett witzig. Attack, attack, thrust. Ja, geht auf sie drauf. Macht sie super. Und nun, um das noch zu nerven. Macht sie. Oh. Das war ja fast perfekt sogar. Keine von beiden ist vielleicht tot. Attack. Oh, Glück gehabt. Wuhu. Und das Telefon von hinten. Nice. Das war ein gutes Match. Das hat mir gefallen. Und kein Level. Hm, schade. Los, dieben, halte ich. Ein Geschenk. Ja, ein Geschenk. Okay, haben wir Lava, glaube ich. Ja, hier ist Lava, okay. Oh ja, da ist Lava und wieder Lava ist. Und eine weiße Sternfrucht. Die ist läuft gut. Uh, Gold. Okay. Wir werden noch ein bisschen machen und dann wäre ich den Part. Und dann beim nächsten Mal. Oh, es muss sich darauf achten, dass wir nicht untergehen dabei. Nein. Steven. Steven. So. Die ist nicht so gut, oder? Hier geht es nicht so gut. Perfekt. Oh, ja, ist die mir jetzt ganz schrecklich. Äh, wer ist mit, äh, die hier? Ja, ist okay. Das ist praktisch. Bei längerer Zeit, das zu machen, ist gar nicht schlecht, glaube ich, die Idee. Doch, man irgendwas gewackelt gerade. Warte. Ich würde sagen, da kann ich doch rein, oder? Ja, natürlich kann ich da rein. Und, schlimmer noch, Steven kann da oben drauf. Wo ist hier irgendwas? Ah, nein. Nur eine schlechte Kamera, die ich nicht bewegen kann. Okay. Gucken, was hier unten auf mich wartet. Oh, da oben kann ich durch. Aber nur Steven kann hier anscheinend. Das ist interessant. Was haben wir hier so für Steven? Kisten! Okay, ein paar Items. Und was haben wir da oben? Wahrscheinlich ein... Oh. Ein Zurückzauber und ein normaler Zauber. Irgendwas, aber warum ist das hier so ein... Warum ist da so eine Kamera? Ah, okay. Ich dachte, wir noch was zeigen. Hm, na gut. Das alles für den Level-Up-Toma weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Ich bin in Lava-Grohnt. Leute, ich brenne. Hilfe! Hilfe! Yippie! 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 Ich brenne. Juhu! Okay, gut. Weg. Wir sind bei der Vase. Ich mach's kaputt. Und dann benden wir den Part hier. Und beim nächsten Mal durchsuchen wir weiter die Schmiede von Bismuth. Und vielleicht finden wir ja noch Hessenheit. Das wär natürlich super. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Dann tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020